Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei TTT. Heute wieder mit Dadosch, Dadosch und Dadosch. Boah, du hast Glück, dass ich den tippte für mich hier. Alter, Dadosch macht zweimal. Ich wäre gerne, gerne jetzt Trailer gewesen. Hallo, aha, hat er gerade eingekauft? Ist er frei zum Abschluss? Ja, wer weiß, er hat die Wand so ein bisschen angeguckt, der Jayden. Ja, ich versuche hier gerade an den Anzug zu kommen. Wir haben mal wieder eine neue Map hier. Peter, weh, du machst was. Wieso? Nur so. Peter stinkt nach Scheiße. Weißt du, wie die heißt? So heißt sie? Voll geil. Ja, so heißt sie. Peter stinkt nach Scheiße. Peter, magst du mir denn deine... Deine Mutter ist Peter? Aha, da hat er eingekauft. Er war gerade mit mir. Peter war im Menü, er war im Menü, er war im Menü. Peter? Ich bin Betrüger. Ja. Wolltest du mit geile Leiche nehmen? Okay, okay, vielleicht bist du auch schnell. Nee, Betrüger ist ja... Aber er liebst trotzdem. Aber mach ruhig. Da ist eine Harpune draußen. Da ist jemand gestorben. Du hast jemand gestorben. Ich bin baldig. Mach schnell. Ja. Hab ich. Okay. Oh shit, da wird einer rückwärts reinlaufen. Oh... 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 Oh Brampano. Oh Brampano. Danke. Danke. Danke und tschüss. Wer war... Wer ist der Jäger? Ich hab nen Ghostknife. Hast du gerade die Apoe rein? Oh Gott. Wo geht's wieder los? Oh heilige Scheiße. Dardo, die hast du doch da reingeschmissen. Wer ist denn der Jäger? Ey! Okay. Ich glaube, Dardo wurde gerade... Christian war Jaka. Was? Christian? Ich bin doch nicht so... Okay. Das ist ne Lüge, Christian! Hier ist eindeutig... Peter hat ne Feldgleiche gelegt. Mit Jaka. Christian stand hier noch draußen, Peter. Ja. Da du war, aber innocent. Okay. Okay. Jay habe... Den habe ich gemacht. Oh kacke. Oh nein! Ahaha! Ahaha! Ich hab mich extra noch in die Wand gestellt. Mach mal hier mal zu. Hm. Boah, ist ja interessant. Was haben wir denn hier? Peter? Okay, ich hab Peter gemacht. Du hast Peter gemacht? Ich hab Bram gefunden. Ich hab Bram gemacht. Der war Traitor. Ach komm! Nee, hier. Da, ich hab mich gefunden. Warum hab ich die ganze Zeit Feuer in de Ohren? Nicht gut. Da kauf mal hin noch. Ah, komm. Ach. Können Sie mir ein bisschen Privatsphäre geben? Warte. Ich bin echt am Sack. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz nochmal was einkaufen. Ja, halt dich doch, Peter! Fuck, Alter. Wie kommt man denn das da? So. Aua. Wo liegen denn hier noch Waffen rum? Ich hab nämlich noch keine Waffen. Hier! Bram! Ja! Ich hab Bram gemacht! Bram war innocent. Scheiß, ich bin tot. Ist hier ne Waffe? Nee. Ist hier ne Waffe? Wo ist denn hier ne Scheißwaffe, Alter? Ja, ich weiß jetzt endlich wo der ist. Hier ist ne Waffe. Okay, wo ist denn der? Äh, noch 450 Meter. Da. In die Richtung. Dahinter irgendwo. In dem bösen Raum ist der. Warte, da hast du was zum Werfen. Also ich hab zumindest... Der ist hinter dir! Nein! Halt! Was ist da denn jetzt passiert? Was ist hier denn passiert? Was ist das denn jetzt? Hier sind super viele Leute wieder tot. Ähm. Ähm. Ich hab Bram gemacht. Der war Traitor. Ähm. Ich muss mich bei ihm halt... Puh, das Spiel ist anstrengend, diese Runde. Ähm. Jetzt muss ich mich da hin! Nee, nee, nee! Nee, nee, nee! Nee, nee, nee! Jawoll! Haben wir das noch gewonnen! Alter, wie lange du... ...wiederzubeleben? Dann kommen die zwei genau dann angelaufen. Ja, genau, weil... Das ging irgendwie nicht in der Ecke. Okay, also das war tatsächlich beim Wiederbeleben. Ja, ich dachte eher... Ich dachte tatsächlich... Ähm, weil... Ich wusste erst nicht, wenn ihr da wiederbeleben wollt. Plötzlich steh ich da mit der Apun in der Hand. So... Ja... Ja, vor allem, ich laufe in den Raum rein, nach links, auf dieses kleine Gitter, wo drauf steht T-Room. Alter, was ist das? Okay, ist da vielleicht der Detektiv irgendwie reingekommen oder so? Nee, der stand einfach hinter der Tür und weißt du, in die Ecke geguckt! Ja, weil das dann nachher die andere Seite... ... äh, angezeigt hat. Alter, das war... ...so crazy. Und deswegen war ich so... Okay, bitches. So crazy. Hab ganz häufig Bram gemacht, dieser letzte. Alter. Boah, da kommen wir gar nicht hoch. Das war so confirmed. Ja. Richtig. Boah, das war schon immer entspannter. Ja, aber ne fiese Bärenfalle von Christian. Das war richtig fies. Ich bin auch rückwärts rausgegangen, Alter. Das kann aber nicht. Ich bin Jäger, äh... Ja, aber da war so viel. Letzte Runde. Ja, du. Achso. Achso. Nee, kommt mir nicht raus. Ach. Alter, so'n Monitor-Setter pet' ich aber auch gern. Wo bist du? Irgendein Wichser ist da oben drin. Christian, da oben... Hey! Dalu. Das ist Stück Scheiße. Ey! Wie komm ich da oben hin? Ich bin schon geschockt. Nein! Aua! Keine Ahnung, wie du da oben hinkommst. Richtig. Ey! Oh, er hat Pisse draufgeworfen, der Dalu. Du? Tötet ihn! Oh! Seine oder Jace? Alter! Ich töte eher dadurch. Wieso denn nicht jetzt? Hier gibt noch nen Keller geschockt. Du schießst immer auf mich. Alter, das sind ja echt crazy-Monitorial. Ich will mich mal umdrehen. Oh nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, ich will nicht. Ah! Du bist stark! Hey, ich hab dich nicht mal getroffen. Keiner, du streißt aber ganz schön laut davor. Warum brauchst du nur ne gute Waffel? Willst du Leute umbringen das aber? Weil ich halt nicht mit der komischen PEP, wie die auch immer heißt, rumbrechen möchte. Oh, das ist der Raum der Verdammnis, Dalu. Aua! Warte mal, weißt du was wir machen? Ich hab dir geholfen. Aua, ich bin tot! Achtung, da kommen wir rein. Nein, Peter, geh raus. Sorry. Dadosh! Dadosh ist tot. Was machst du denn das? Was ist denn mit dem passiert? Oh, da wurde ne Mail gelegt! Da wurde ne Mail gelegt! Peter hat die Mail vor uns zur Tür gelegt, Dalu. Das stimmt! Leute! Peter? Hast du gerade die Mail gelegt? Das kann aber nicht sein. Nee, war Peter nicht. Nee, war Peter nicht. Ich bin bisher in so nem Scheiß. Das war Peter nicht. Und ich sind aber in nem Raum und die Mail liegen draußen. LOL! Doorbuster in nem Raum! Doorbuster ist in eurem Raum. Wer in nem Raum war, wo grad der Metzel war, wenn da grad einer drin ist, öffnet nicht die Tür. Ja, weil Peter den Doorbuster angebracht hat. Nein, hat nicht Peter gemacht! Nein! Wir sind doch drin und du standest vor der Tür! Nein! Das ist mit Christian! Dann fliegt ihr! Ich komm jetzt gerade hier anbieten! Was fühlst du denn? Hast du gerade ne böse Arkain? Ich glaub, Kostin hatte gerade ne böse Arkain. Rettet mich! Shit! Können wir nicht die Tür von der Seite aufmachen? Das könnte wirklich Peter gewesen sein! Ja, es muss Peter gewesen sein! Ja, natürlich war der Peter! Eher safe war der Peter! Das könnte wirklich Peter gewesen sein! Er kam halt genau zu dem, also der Weg ist nicht zu weit! Und Peter hat ja auch die Tür zu gehalten, er stand ja genau vor uns! Seid ihr alle irgendwelche Traitor und so'n Shit? Wie viele seid ihr denn da in dem Raum? Zwei! Wann mach ich denn jetzt für ne Waffe? Kann ich dir mit nem Poltergeist entschärfen? Oh! Ich sag euch mal ganz kurz, dass da Christian war, by the way! Nur damit es immer wenigstens... Ja! Oh! Da du hatt's entschärft! Da du hatt's entschärft! Mhm! Peter! Wieso machst du dann nicht Christian, Peter? Wieso hast du dann entschärft? Ja, weil der ne geile Waffe hat... Von der Seite! Die Tür hat so einen fetten Rahmen! Ich hab ne unsichtbare Waffe! Du kannst da locker drangehen! Okay... Peter ist weggerannt, weil... Ist aber ne lustige Idee gewesen mit dem Dorrwasser! Ja echt nicht schlecht, Peter! Also ich hab fast gelacht! Also muss ich schon Pops geben! War dir gut! Hallo, ich mach mal den Plan, den ich eigentlich... Ja! Kannst du sehen, welche Waffe ich hab? Aber wie kannst du die Tür dann nochmal... Die hat ne Sniper! Okay, warte mal! Christian, machst du mich sofort! Moment, da ist... Ja, ich hab mit euch doch gesagt mit Christian! Oh mein Gott, ich bin tot! Wie? Oder? Rein in den Pool! Okay, explodiert mich! Ich bin da raus! Hier! Bin mir noch nicht so sicher! Ne, 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 ich! Da... War das dadurch? Ne, Bram ist hier! Ja! Huh! Bram ist in die Falle gelaufen! Das kann ich wahr sein! Bram, warst du Trader? Ich hab Christian für dich getötet! Soll ich den anderen Trader noch killen? Ich bin's nicht! So! Ja! Bram war Trader! Ich wollte grad Peter erschießen! Nein! Peter war innocent diese Runde! Oh, das war gut! Ich guckte für Peter mit dem Dormaster! Wir wussten ja, dass es Sepp war! Du hast nachher erst gesagt! Also Sepp wollte ne Bärenfalle legen! Ich fand das mega gut! Ihr wusstet, dass es Sepp war? Nein, Sepp wollte ne Bärenfalle in dem Moment legen! Und wir dachten wirklich, du warst das bei... Genau! Du standest vor unserer Tür! Ich dachte aber ganz kurz, dass Sepp was geplantet hat! Ja, aber das ist ja passiert, als ich schon weg war! Aber nicht lange! Du warst doch! Das war wirklich doch... Das war wirklich ein paar Sekunden! Also das war wirklich super, ey! Dann hab ich das Ding da platziert! Ja! Hallo! Ich hab die Tür zugehalten! Ey Bram, geh mal ein Stück beiseite! Ey, da durch! Bram bist du eigentlich gestorben! War ich das? Lass mich raus! Das ist ein Traderraum! Ich hab hier mal gemacht! Du kannst da drinnen eingesperrt werden! Das kann ich bestätigen! Das kann ich bestätigen! Das kann eingesperrt werden! Peter ist Trader frei zum Abschluss, ey! Ich wollte erst da her, Jay! Und ich hatte noch 9 AP! Nein, Peter ist inno! Ja! Peter ist frei zum Abschluss! Pass auf! Nein, ich hab doch einen Trader gekillt! Ich seh meine Waffen nicht mehr! Peter ist laut Wort ist der Trader, der ist frei zum Abschluss! Zeig mir erst mal dein Fahrrad! Jetzt bleibt der Trader! Ja, durch! Das machen wir jetzt hier! Wer ist das denn? Geh du da rein! Jay! Jay! Ah! Mach mal hier Platz, Mann! Wer hat gleich sterben? Jay ist oben in dem Dachboden dran! Nein, hab ich nicht! Okay, hast recht! Bin ich grün? Jay, oben im Dachboden dran! Hier ist noch gar nichts! Du hast es gehört! Hinter dir! Hinter dir, Peter! Ich hab's auf jeden Fall gesehen! Ich hab Dalu gemacht! Ich hab Dalu gemacht! Wieso hast du Dalu gemacht? Ich kann den aber leider nicht entschärfen! Die Leiche ist... Oh! Was war das? Was war das? Gut, dass du zugemacht hast! Peter, Peter und Chris! Peter und Chris! Peter und Chris! Nein! Wie Peter und Chris! Willst du mich verarschen? Ich stehe doch einfach hier! Ich guck durchs Fenster! Jay sagt, ich hab Dalu gemacht! Ich knall Dalu ab und da steht Dalu daneben! Dalu hat den Glauben gemacht! Peter hat Dalu weggemacht! Ne, Moment! Dann lachst du jetzt! Dalu, confirm den mal bitte! Ja, oder so! Sepp ist Schrader, kann ich auf jeden Fall sagen! Ja, der ist... Jay war's nicht! Jay war's nicht, ne? Okay! Oh nein! Da ist Frank schnell weg! Du bist Schakal? Du bist Schakal sein? Mach mich zum Zeitkick! Oder Sepp ist es? Weil den haben wir schon confirmed! Dann ist es nur noch Sepp! Wo bist du Sepp? Du bist der Letzte! Außer du belebst Peter wieder! Ne, Moment! Muss gar nicht! Stimmt, Chris geht's auch noch sein! Ich kann auch einfach so gewöhnen! Dann weiß ich doch, wo Peter ist! Das ist ein dummes Haus! Ich hab Dalu gemacht, Alter! Du warst Dalu gemacht? Peter könnt ja auch... Peter... Peter lebst du eigentlich noch? Also jetzt? Ja! Also for real? Ja, ich lebe auch! Okay, dann heißt es sind eigentlich nur zwei Tore! Ja, dann macht euch mal! Wen habt ihr denn getötet? Ich hab Jay getötet, nachdem der gesagt hat, der Dalu gemacht hat! Okay! Das stimmte aber nicht! Nee! Der war dann leider innocent! Tja, Bram! Bram wurdest du gerade... Okay! Wurdest du! Ja, bisschen bitter für ihn! Aber Dalu ist auch noch hier irgendwo oben im ersten Stock irgendwo! Hey Bram! Oh Scheiße! Was brauchen wir denn für Dalu? Für Dalu brauchen wir irgendwas krasses! Ich guck grad... Oh! Irgendwas krasses brauchen wir für Dalu! Da war doch ne Silent Sniper! Das ist doch schon... Die ist doch verboten! Geh raus Peter! Das ist gut! Na du hast jetzt Peter gemacht! Kann das Haus nicht richtig schmücken irgendwie! Was von außen? So! Peter guckt grad oben durchs Fenster rein! Durch welches Fenster? Durch das wo Jay gemacht wurde! Wo bist du? Die Bouncy Balls kommen da nicht raus! Oh nö! Warum denn nicht? Peter! Peter nimm meine Hand! Ich hand dich Peter! Peter! Du musst aus dem Raum! Peter! Oh Gott! Da kommt der Bouncy Ball Launcher! Hui! Warum darf ich hier nicht raus? Ist das ein One-Way-Ticket hier oder was? Die Scheibe ist doch drin! Du musst dich erst kaputt schlagen! Am Arsch! Doch! Ehrlich! Deine Mutter muss ich auch kaputt schlagen! Geht nur mit der Crowbar! Sonst kommst du da nicht durch! Du kannst erstmal sterben gehen da du! Wo gehst du jetzt hin? Wo gehst du jetzt hin? Wo gehst du jetzt hin? Oh! Tür zu bitte! Privatsphäre! Nein! Warte eben! Lass mich nachladen! Ok! Jetzt! Hallo! Loooooooy! Wieso durfte ich nicht mehr Riespaar? Eeeh! Du bist... Du hast glaube ich gerade irgendwas geworfen oder du hattest ein Traitor-Item in der Hand, ne? Ich hab's ja noch geworfen! Ja, aber dadurch... Genau, dadurch ist deine Reiche gestorben! Hättest du mal da nur gemacht, ey! Was ist das denn für eine Scheibe? Hä, die Innocenten haben doch gewonnen! Ist doch alles gut! Alles gut! Ne, ich konnte mich aber wieder wischen! Alter, ich hab Bauchschmerz! Bram ist so'n Scheiß-Random-Killer! Es war so'n Nussenten! Mega-Random-Killer! Du bist der Random-Killer! Der Dede kam von der Seite rein, sieht nur Jey... Ich hab's da! Voll gut, das war so gut! Ja, du hast ihn gesagt! Oh, hallo! Ey, ne, 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 ne... Ey! Hau ab! Ich bin Detective, Alter! Kannst du mal ein bisschen hier... Die, die, die... Sonst mach ich hier gleich, ne? Die, die, die... Was? Hallo, Bram! Oh, Dadasch! Ich versuche mich hier... Willst du mich hier voll verarscht machen? Alles klar? Nee! Lass mich hier durchdagen! Warte, 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 warte! Ich hätte... Ich bin wieder mit deinem Team. Ich hab keine Waffe gewonnen! Chris ist Schneemann! Chris ist Schneemann geworden! Der ist aus dem Pool rausgekommen! Habst du mich geschützen? Ich verteidige unsere andere Seite! Okay, das ist safe hier! Ich hab hier dichtgemacht! Hast du gar nicht! Hä, das Fach hat doch das Gagenälen! Weißt du, was die Waffe ist? So ne Waffe ist ja unten! Kann man hier ja noch was blockieren! Ich schieß da... Das kriegt da keiner weg! Ja, weil ich dich beschütze! Du hast doch keine Waffe! Ja! Ja, okay! Ich hätte dich ja schon lange abweilen können, Peter! Das ist auch ein husliger Geist! Aber ich hab jetzt hier auch Waffen! Warte mal! Das Geschenk hat funktioniert! Wie gehört das Geschenk? Wer hat das gelegt? Der Elf! Als ob die dann... Bram an mich mit Pisse beworfen! Hahaha, Frank! Kam hat mich mit Pisse beworfen, Geeta! Just a prank, Bro! Just a prank! Was ist er denn? Trau! Da hier drin! Nein, Peter! Nicht! Hey, da, du! Ich glaub, wir müssen mal ausschwärmen! Wir sollten Peter eben... Wow! Wieso kommen wir hier nicht raus? Doch jetzt! Nein! Hier ist noch ein Genove! Prammen auf! Ja, Prammen! Okay! Was sagt denn? Wie so lebt denn der so lange? Du Jakal-Peder, Alter! So geht das aber nicht! Ey, die Waffe ist schon... Scheiße! Komm! Jawohl! Komm! Hm, Moment! Und... Mann, ey! Armer Dalu! Mann, so'n gutes Team! Alter! Alter! Wie mies! Ey! Guck mal, ey! Guck mal, ey! Guck mal, ey! Mann! Oh, Peter! Funktioniert das jetzt eigentlich? Mal gucken, Peter! Du bist so ein Verräter! Schüttel mich mal nicht, wenn du jetzt nicht Sidekick bist! Ey, ich bin Jakal! Ey, ich auch! Das ist beide Jakal? Also, ich bin bei mir... Bin ich Jakal! Okay, guck mal! Ja, cool! Und links! Du auch? Wirklich jetzt? Ja, wirklich! Und Spaß! Habe ich nichts über meinem Kopf? Scheiße! 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 Ich hab keine Muni! Halt! Ah, Jay! Alter! Du bist die ganze Zeit weg! Dein Ernst, Jay! Lebt der schon wieder? Du bist hier weg! Ich hab die ganze Zeit nur Churiken, Mann! Churiken können gut Damage machen! Ja, dann kannst du jemanden killen! Der ist oben! Woher ist das oben? Ich bin eigentlich so sicher, wie bald oben das ist! Da ist ein Fahrrad! Geh mal im Fahrstuhl! Weißt du, wo er ist? Hi! Ah! Ich bin das! Sorry! Bist du... Wollt mal! Der ist ganz oben! Aber ich weiß nicht, wo er ganz oben ist! Der ist immer noch ganz oben! Steht auch um die Ecke! Geht das hier? Guck mal nochmal! Jetzt hab ich wenigstens die Waffe! Der hat jetzt mal ne Schrotflinte! Moment, hat der dich gekillt! Ja, der hat mich gekillt! Ich weiß nicht womit, wenn ich ganz ehrlich bin! Das ist unser Ernst gerade, wie häufig hier wieder überlebt wird, ey! Aua! Der ist am Fenster! Ich muss hier weg! Tschüss! Das macht er nicht! Oh! Das ist doch ein Scherz! Keine Points für gar nichts! Nee, auch nicht! Das ist gut! Ich hab ein paar Points! Ich weiß aber nicht, wo er ist! Aua! Wir haben ihn da oben drin! Ich hab kein Radar mehr! Nee, er ist nicht mehr hier oben drin! Ja, dann weiß ich nicht, wo er ist! Tut mir leid! Kann ich dir gerade nicht sagen! Kann ich mir auch nicht sagen! Wir haben auch kein Radar! Ey, wo bist du? Ich hab echt keine Ahnung! Weiß ich nicht! Einer ist oben drin! Ja! Da wo wir waren! Yes! Da ist er! Haben wir einen! Jawohl! So! Jetzt ist es 2 gegen 1 wieder endlich mal! So muss das sein! So! Er fährt mit dem Fahrstuhl! Wir müssen jetzt auf die andere Leiche aufpassen! Das belebte den auch noch wieder! Boah! Da hab ich echt! Da hab ich aber kurz bisschen Schiss gekriegt! Ey! Da hat der jetzt gleich hier wieder den Fehler belebt! Wo ist denn der Fahrstuhl? Ne, ne, ne! Es ist keine Ahnung wo der ist! Blickt er auch nicht durch! Sein hier! Oh! Er ist auch oben am Fenster! Oh nö! Alter! Jetzt ist wieder 101 oder was? Nein, nein, nein! Gleich aber! Ist aber low! Und hat nicht mehr so viel HP! Oh man, alter! Geht das? Geht tatsächlich! Müssen wir aber fair machen hier! Ach komm ey! Ich war grad Pedern wiederbeleben! Erste? Ich hab wiederlebt wieder! Sie haben mehr gestaltet! Alter! Das sei ja lächerlich! Drei mal wiederbelebt worden! Alter! Ja! Ich hab einfach immer in Panik schnell die Second Chance geholt! Okay! Letzte Runde jetzt! Letzte Runde! What the fuck! Das war jetzt sick war das! Kann doch nicht einfach da du sterben! Weg da von den Fässern! Wie oft das triggert ey! Ah hey! Dadosh! Du bist! Ich hab das Bramgen übernommen! So! Peter rein mit dir! Ich bin Detective! Ne bin ich gar nicht! Ach so! Ne sorry! Ich wusste einer von uns beiden ist Detective! Das sagst du korrekt! Ich bin Detective! Ich bin Detective! Ich bin Detective! Ah! Leuchtet rot! Ah! Fuck you! Wir können jetzt gemeinsam arbeiten! Kann man nirgendwo drauf schießen! Da! Aha! Sepp rein da! Geisterraut! Da! Der Trader Tester! Wo ist der überhaupt? Ich weiß nicht wo ich da hinkomme! Sonst bin ich der wieder Trader! Geh da rein! Geh da rein! Der ist es! Der macht jetzt was! Los! Ah ne warte warte warte! Treff ihn dir! Alle runter! Die sind hier alle unten! Die sind hier alle unten! Ich weiß! Irgendwer macht dir was! Sepp ist zu 80% böse! Sepp ist zu 80% böse! Peter! Wo ist denn Sepp hin? Weg hier! Was machen wir hier? Was machen wir hier? Was machen wir hier? Verhalten euch! Verhalten euch! Fahr hoch! Scheiße! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Was ist denn falsch? What the fuck? Chris! Oh! Komm ey! Ist ja jetzt aber laut! Keine Waffe! Hast du gemacht? Ja aber Christian kommt glaube ich wieder! Oh fuck! Was macht ihr denn da? Die angeschnellt! Die schneiden sich alle gerade ab! Sepp ist jetzt auch! Ja war ja klar Sepp! Oh! Wer kommt hier rein? Bram! Das bin ich! Hä? Bist du nicht tot gewesen? Nein! Wir haben Chris gemacht! Wie ist es das denn? Und ihr dürft Sepp machen! Nein! Danke! Oh! Oh! Alter! Sepp ist! Sepp will mich machen! Ja! Ach! Wat! Dalu war auch Tee und ist äh... Oh Scheiße! Das ist schlecht jetzt! Das war auch ne große Überraschung! Dass da INSI da rein ist! Dalu ist der andere Tee! Der ist konfirmt schon einmal! Und wiederbelebt! Mhm! Ja ja! Hat leider Fehler gemacht! Schade! Mein Hero! Ähm! Ah ne Leute! Das bin ich! Ja das war das falsche D! Dados hat... Du hast Sepp doch confirmed! Oder? Also er ist auch was! Dann muss er aber Drakal sein! Das kann sein! Ja das spielt ne Rolle! Weil einer dann Sidekick ist! Ja das stimmt! Alter! Wieso hab ich keine... Oh Scheiße! Bram hängt ab! Hatte der Christian eigentlich so getötet? Kannst du mal... Ich hab nur ein Spiel! Das warst du ganz genau! Oh mein Gott! Hilfe! Verschieß nicht deine ganze Muni! Warte mal! Warte mal ganz kurz! Ne! Ich... Du solltest ins Wasser gehen! Ja das war ja mein Plan! Moment! Irgendeiner in dem Haus... Der ist schonmal tot! Keine Ahnung wie das passiert ist! Dalu wen machst du denn da die ganze Zeit weg? Ich hab keine Ahnung wo du bist! Das ist das blöde! Weil ich mir kein... Radar mehr kaufen kann! Ich auch nicht! Aber! Das ist ja egal Dalu! 101! Hier mit Bram! Ah! Leute was? Du mieses Stück! Warum ist er denn danach nochmal gestorben gerade? Weil Dalu mich abgeknallt hat! Das sah aber so aus als wenn er einfach hingefallen wäre! Ja! Ja! Einfach gestolpert beim Eingang! Ja! Und die Scheiße! Du sagst halt aus! Das war jetzt so aus! Das war mal wieder ne geile Runde Tee! Tee Tee Tee! Vielen Dank fürs Einschauen! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!